Ich werde häufig gefragt, ob man resigniert, wenn die Techniken nicht sofort ansetzen, nicht gleich funktionieren. Dass es bei manchen so ist, die sagen, Mensch ich mache schon zwei Wochen und das und das ist noch nicht eingetreten. Das ist schon der Fall, ja. Ich kenne es von mir selber auch, man will am liebsten was anfangen und sofort Erfolge sehen, aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal ja, nach zwei Minuten und es geschehen Wunder. Aber manchmal braucht man auch zwei Monate oder sogar ein halbes Jahr dazu. Ja, da kann ich immer nur wirklich empfehlen, es gibt keine Abkürzung, kein Trick dahin zu kommen, sondern einfach würfeln, würfeln, würfeln bis die Sex kommt. Also die Technik immer wieder anwenden, auch wenn es sich nichts tut. Denn bei einigen tut es sich kontinuierlich nach oben arbeiten, ja, das macht riesen Freude. Bei dem anderen geht es wirklich steil nach oben und bei den anderen tut sich gar nichts, gar nichts, gar nichts und dann macht es hopp, ein Holberstein nach oben. Dranbleiben. Ich empfehle einfach immer wieder, bitte, bitte kommt in die Demut, in die Geduld und bleibt dran. Das ist die Glücksformel, die ich nach außen geben kann.